Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monkey Island. Drittes Kapitel, The Lair of Leith Lithian. Ich werde das niemals aussprechen können. Wir befinden uns im Bauch, beziehungsweise nicht im Bauch, im Körper der Seekuh und müssen einer Bruderschaft beitreten. Und dazu gewisse, oder beziehungsweise die unten hier lebenden ehemaligen Crewmitglieder dazu bereden, dass die uns in ihre Bruderschaft lassen. Und das letzte Mal haben wir uns versucht mit The Guy im Beleidigungsgrimassen schneiden, äh, duellieren, haben dabei kläglich oder sind dabei kläglich gescheitert. Und jetzt heißt es, ähm, wir müssen uns Grimassen aneignen, damit wir es gegen ihn aufnehmen können. Ich spüre meine Beine nicht! Nehmen können. Hier ist doch irgendwas in der Kiste drin. Aber ich weiß nicht, wie man die aufkriegen soll. Mit dem Schwert geht's ja nicht. Ich will das nicht zerschneiden. Ich will das nicht zerschneiden. Ähm, genau. Wir müssen uns Grimassen aneignen, damit wir ihn schlagen können. Ich hab nach der Aufnahme nochmal ganz kurz, glaub 5 Minuten oder so weitergespielt und hab einfach mal kurz was getestet. Und man kann sich tatsächlich in der näheren Umgebung hier einige Grimassen schon mal abgucken. Unter anderem hier bei deinem Affen. Das Affengesicht! Ich mag das! Ich auch! Ich füge das zu meinem Piratengrimassenrepertoire hinzu. So, das heißt, wir müssen tatsächlich hier uns die Grimassen so langsam aneignen. Ähm, tut 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 tut. Ach, ich hätte ja durch diesen Schleim, ähm, Kurzweg gehen können. Schlutschen können, was auch immer. Hab ich jetzt vergessen. Hat der... Sind das Seekuhfleisch-Bongos? Immer wieder. Ich klicke immer wieder auf diese ekligen, fiesen Pessbohlen drauf. Ich will damit nicht sprechen. Ähm, übrigens. Hast du ein Auge? Oh, der ist gut. So. Mal gucken ab... Hey, Mo! Was ist denn? Ähm, ich wollte nur sagen... Arr! Arr! Jo, das ist eine neue. Und dann haben wir ihn da hinten. Hallo! Was geht? Was geht? Ach, ich wollte nur sagen... Arr! 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 Alte Technik! So, kann der auch? Kommst du oft hierher? Übrigens, ähm... Arr! Hab dich zu Tode erschrocken, was? Er ist aus den Latschen gekippt. Bis dann! So, aber ich glaube, dass wir immer noch zu wenig Grimassen tatsächlich haben, um letztendlich Buck-Eye zu schlagen. Ich weiß auch nicht, ob er uns persönlich auch noch irgendwie irgendeine Grimasse geben kann. Ahoy! Was jetzt? Ähm... Du bist ein Spielverderber, dann duellieren wir... Ne, wir können tatsächlich uns noch duellieren. Mal gucken, was wir hier schon für Grimassen haben. Passt du noch nicht die Nase voll? Nein, hab ich nicht. Hör auf zu meckern. Sieht zu! Bereit? Ich beginne. Hier kommt... Hier kommt... Arrrr! Grimassen... Aber kannst du das hier toppen? Das ist... Vermummt, schielend, alter Knacker! Hast du schon eine Grimasse gemacht? Ich sehe bloß eine gewöhnliche Entstellung. Schau dir das mal an! So, wir haben tatsächlich einen neuen gelernt. Ich darf jetzt aber diese drei nicht mehr verwenden. Stinkend hat er am Anfang schon angesetzt. Vermummt soeben und widerwärtig hatte ich schon. Das heißt, alle drei kann ich nicht mehr einsetzen. Ich müsste praktisch den vierten wählen, den ich ja aber eigentlich nun mal nicht hab. Und das gleiche gilt denn für hier. Hab ich, glaub ich. Stabismus hätte er genommen. Grisit hatte ich genommen. Ich glaub, schielend kann man machen. Ähm... Hier hab ich tatsächlich alle. Fiesling, Affe, Irre und alter Knacker hatte er. Dann kann ich den Irre nehmen. Und hier kann ich leider entweder... Kann ich mich halt zwischen den dreien entscheiden. Aber ich bin der Meinung, dass nichts davon geht. Ich versuch's mal trotzdem mit stinkend. Das ist... Arrrr! Stinkend? Schielend? Irrrr! Arrrr! Ein paar neue Schritte, aber nicht genug. Teil Originalität ist so gut wie gar keine. Vaguei gewinnt. Du hast echt nichts drauf, Junge. Ich werde langsam warm. So, da ist nämlich jetzt genau das Problem. Also entweder, ich muss tatsächlich hier noch irgendwo eine Cremasse führen, die mir noch nicht auffallen ist. Das Porträt von Fischeis Alabaster. Es ist mit antikem Schmutz... Ähm... Oder... Ich muss es langsam von ihm lernen. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht so funktioniert. Ich weiß auch nicht... Ich bin nicht geschickt genug, den Schmutz. Okay. Schmutz will er nicht abkratzen. Jeder Saugwurm, den ich ver... Immer dieses Rumgemäckel, ich will das nicht, ich will jenes nicht. Keine Geheimbotschaft hier. Hmm... Ring wahrscheinlich eher nicht. Elaine hat ziemlich hartnäckig darum gebeten. Nein. Und mit unserem Haken? Es mit meiner neuen Hand in Fetzen zu reißen... Doch, das bringt bestimmt was. Und damit? Nö. Nö? Warum nicht? Und das? Dieses Mitgliederhandbuch scheint dafür zu wichtig zu sein. Nö. Okay, das funktioniert nicht. Ich versuche... Jetzt was, Hilfe! Ich versuche, mich nochmal mit ihm zu duellieren. In der Hoffnung... Ahoi! Was jetzt? Dass er nochmal eine andere Grimasse macht. Und ich vielleicht mich dann doch letztendlich... Ich bin bereit, dich im Piratengrimassenduell zu schlagen. Ich hoffe doch, du hast seit unserem letzten Treffen eine Gesichtsvermessung machen lassen. Und dass wir praktisch dann mit den Grimassen, die wir haben... Bereit? Ich beginne. ... ihn irgendwann schlagen können. Weil wir brauchen wahrscheinlich alle. Er hat... Ich hoffe, ich kann es mal merken. Stinkend... Frisiert... Alter Knacker! Ist das etwa ein Grimassenwettbewerb für Pilger? Ich könnte schwören, dass du was von Piraten gesagt hast. Dir zeig ich... So, er hat es stinkend... Frisiert... Da hat er knackert. Das ist zu tämlich. Dann nehme ich vermummt... Stabismus... Und... Affe. Weil das finde ich übrigens am geilsten das Gesicht. Das klingt echt toll aus. Und... Er hat... Arr... Vermummt... Strabismus... Affe! Arr! Wir haben die erste Hunde hinter uns. Ganz nett. Aber kannst du das hier toppen? Ich weiß gar nicht. Das ist... Arr... Widerwärtig... Schielend... Fiesling! Arr! Ich glaube, die habe ich schon alle. Jetzt bekommst du ein Problem. So... Widerwärtig hatte... Ähm... Ja, da wären wir schon wieder beim Problem. Ich habe... Wieder fehlt mir einer. Er hat... Ich glaube, am Anfang stinkend. Ich hatte vom Mund. Jetzt hat er Widerwärtig. Der vierte fehlt mir. Das heißt, ich kann nichts mehr machen. Ich habe so gut wie verloren. Mir fehlen immer noch zwei Gesichter. Ich weiß jetzt nicht, ob man den hier noch irgendwo bekommt. Oder ob ich jetzt so lange weitermachen muss, bis er mir verrät, welcher das ist. Aber ich komme nicht in weitere Runden rein. Hm... Ich weiß nämlich leider auch nicht, wie viele Runden es letztendlich gibt. Meistens sind ja es immer so die drei. Also immer drei Runden. Ja, was machen wir denn? Stinkend... Schielend... Und Irrer. Das ist... Arrrr. Stinkend... Schielend... Irrer. Rrrr. Aufgrund wenig origineller Oppositiones... Spurgei der Sieger. Und noch eine abgekupferte Darby. Na, warte. Ach ja, der hat aufhören, sie anzugeben. Es ist ja auch echt nicht einfach. Hm. Ich muss wahrscheinlich noch Gesichter finden, aber ich habe wirklich jetzt keine Ahnung. Ich versuche nochmal mein Glück für andere. Nugi, mein Freund! Vielleicht... Hm. Danke für die Stimme, tolle Mucke. Hier übrigens Dankeschön. Danke für die Stimme! Ich danke dir! Ich glaube, ich habe mit dieser brandheißen Piratenjägerin eine Zukunft. Natürlich. Mir gefällt der Beat. Aber wie wäre es mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da stehe ich total drauf. Moment mal, dadurch steigt die Säure oder der Magensaft an oder die Gallen-Zeug. Vielleicht kann ich ja jetzt hier durch diese komische Beule... Splitsch! Splitsch! Vielleicht kann ich da ja jetzt hin. Vielleicht hat das da mal was zu tun. Was ist das denn? Nein! Verstopfte! Schade! Schade, schade, schade! Und so ein Käferchen? Ja! Ich will das nicht zerschneiden! Ich muss mich an ein Leben mit einer Hakenhand gewöhnen. Fürs Erste sollte ich das mal sein lassen. Tja, das ist jetzt die Frage. Keine Geheimboot. So. Kann man sich sonst auch nichts mehr angucken? Die Schatzkiste... Meine Kraft wird... Kriege ich nicht auf? Es ist verschlossen. Ah, mit dem Haken! Ja, komplett unverschlossen. Mein Haken ist ziemlich praktisch. Aber manchmal vermisse ich die alten Greiferchen. Oh, nein. Dieser Irre. Die Moleküle bauen sich auf. Die Formel verwirklicht sich. Wissenschaft! Ich habe hier Wissenschaft! La mort est tuée. La mort est was? Hä? Hat er das jetzt aufgemacht oder nicht? Und wer wird sich dahinter verbergen? Wer ist es? Weh dir, törig der Sterblicher! Du hast die sichere Verdammnis all deiner fleischigen Artgenossen heraufbeschworen! Der Zorn Murrays wird! Richtig sehr lustig! Hi, Murray! Three Boots! Ich schätze, ich hätte damit rechnen müssen. Lang nicht mehr gesehen! Wie wurdest du hier drinnen gefangen? Ich bin nicht gefangen! Okay. Was hast du getan, bevor du dich entschlossen hast, es dir in einer Schatzkiste, die in einer Seekuh steckt, gemütlich zu machen? Nun, meine Legion von untoten Soldaten hat eine Armada spanischer Klippe in die Knie gezwungen, als ein mächtiger Sturm unser Schiff kentern ließ! Ich kann mich nicht erinnern, von einem Kampf mit der spanischen Armada gehört zu haben. Ha! Als würde jemand mit dem Leben davon kommen, um diese Geschichte zu erzählen! Brauchst du etwas Hilfe? Hilfe? Ha! Hilfe! Ich werde dir ein Ende setzen! In Ordnung! Hat mich gefreut, mit dir zu reden, Murray! Ähm... Vielleicht ein bisschen Hilfe! Hm? Wie bitte? Vielleicht mich mitnehmen! Oh, du hättest gern Hilfe! Auf geht's, Kumpel! Ah, hier drin ist es dunkel! Und warum stinkt es hier so nach vergammelter Marmelade? Es ist Murray! Das ist ja super! Ich hab schon gehört, da soll hier drinnen vorkommen. Und ich hab mir auch schon tatsächlich gedacht, das hört sich von der Stimme wirklich so an, als wäre es Murray gewesen. Ich hab's mir schon so gut wie gedacht, dass er da drinnen hockt. Oh, ist das toll! Er sieht schon rechtlich seltsam aus. Wir haben Murray-Ambord! Alles in Ordnung, hier drin? Du musst diesen Saugwurm loswerden! Ich hatte ihn fast! Aber du kannst nichts schmecken! Es ist trotzdem ekelhaft! Das ist ja toll! So, ich hab auch eventisch eine Vermutung, was wir mit dem machen müssen. Da-da-da-da-da-da-da-da-da! Ich muss lernen, die Abkürzungen zu verwenden, dann muss ich nicht so lang hier schlendern. Können wir den da draufsetzen? Nein? Der ist nicht zum Aufstecken. Hm. Na dann. Ab mit dem Kopf! Halt! Was tust du, Bruder? Okay. Ich habe eine Spinne gesehen. Ich wollte Santino kurz rasieren. Ich hacke Santino's den Kopf ab. Ehrlichkeit, ist der Schlüssel... Nein, wir wollten ihn rasieren. Ich wollte Santino kurz rasieren. Das glaube ich nicht. Er ist ziemlich eigen mit seinem Haar. Die Frauen bekommen davon nicht genug. Stimmt. Okay. Hallo. Was geht? Dann habe ich eine Idee und ich bin mir schon passsicher, es funktioniert. Also, ich hebe das Glas. Auf diesen ganz besonderen Augenblick. Gerechter. Was ist der Anlass? Ähm, Obstdienstag. Obstdienstag. Wohoo! So, dann lassen wir ihm mal sein egelhaftes Abel-Äh trinken und... Ab mit dem Kopf. Schnell. Schnell. Fall dich. Yes. Zack. Und jetzt tauschen... Der Saugwurm ist in meinem Auge. Und bitte immer austauschen. Hahahaha. Freeport, du hast den größten Fehler deines Lebens begangen. In meiner neuen körperlichen Form werde ich diese Länder abfackeln. Nur um sie nach meinem ruchlosen, allmächtigen Abbild wieder aufzubauen. Und? Gefällt dir dein neues Outfit? Das tut es. Santino, Bruder! Möchtest du mir dabei zusehen? Die Menschheit verspricht mir ihre Treue. Unsere Bruderschaft ist ein Band, das in den Flammen der Hölle geschmiedet wurde. Vielleicht werde ich mich einen Augenblick an dieser Bruderschaft weiden. Bevor du die Welt abfackelst? Terror wird über diese Seekuh hereinbrechen. So viel steht fest. Schön. Er hat einen Körper. Aber wie geil ist das denn? Er tut immer so, als wäre er unglaublich böse. Aber eigentlich ist er. Im Grunde seines nicht vorhandenen Herzens ist er lieb. Kann ich mit ihm noch sprechen? Hallo, Mer... äh, Santino. Mer... Aloha. Wie behandelt dich der Körper? Wie behandelt dich der Körper? Bemerkenswert gut. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich meine Gliedmaßen unter Kontrolle habe. Oh, Junge, dann geht es uns an den Kragen. Ich werde dir eine neue Definition für Elend schreiben. Du kannst jetzt auch lesen und schreiben? Noch nicht ganz. Ich zittere, ich zittere. Ähm, hier übrigens... Bekomme ich deine Stimme für die Bruderschaft? Wir sind sehr wählerisch bei unseren Mitgliedern. Vor 15 Sekunden habe ich dich noch reingeschmuggelt. Wie wär's mit etwas Dank für den Aufwand? Okay, okay, sicher, Creepwood. Hm. Magst du diese Typen wirklich? Mögen? Ich mag niemanden. Aber ich liebe die Bruderschaft. Was ich hier habe, ist eine Gruppe von Männern, die ich nach meinem Gutdünken formen kann. Ihre Schicksale sind an meine gebunden und mein Schicksal führt zum höchsten Thron der Hölle. Die Bruderschaft passt also zu dir. Außerdem arbeitet Buckei an einem Bekenntnis. Ich liebe Bekenntnisse. Woher weiß er das? Aber es ist schön, dass Mary sich endlich einen Platz in der Welt gefunden hat. Und das wollte ich noch kurz sagen. Dein verdrehter Zauber könnte nicht mal ein Schulmädchen erschrecken. Zu meiner Zeit konnte ich einen Mann mit einem Grinsen zu Steiner starren lassen. Ich konnte Blut mit einem finsteren Blick zum Kochen bringen. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Grund. Und Lippen. Hm. Ich dachte, jetzt kriegen wir von ihm noch eine Grimasse. Wir sprechen uns später, Mary. Aber... Pass auf dich auf, Windbeutel! Aber nein, 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 nein. So, das heißt, rein theoretisch haben wir jetzt die Stimme von Santino. Weil wir die Stimme von Santino haben, haben wir die Stimme von Moose. Und Nugi ist sowieso für uns. Ähm, kann man jetzt eigentlich nicht probieren. Ich meine, das ist doch eine Demokratie. Eigentlich müsste doch die Mehrzahl der Stimmen herrschen. Ahoi! Was jetzt? Oder reden wir von absoluter Mehrzahl. Ähm, wir setzen noch mal eine Wahl an. Okay, stimmen wir ab. Ich glaube, ich habe gute Chancen. Sehr gerne. Meine Herren, unsere Goldglocke hier würde gerne der Bruderschaft beitreten. Klasse, wir haben Wahlen, meine Lieblingszeit. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, ob man auch wirklich die Stimme von Backei braucht. Bruder Nugi, die Aufnahme eines gewissen Guybrush Threepwood betreffend, was sagst du dazu? Also, ja. Ich stimme mit ja. Ich glaube, er wird die Stimmung heben. Hm, fragwürdig. Bruder Moose, was sagst du? Ich schließe mich hier meinem kleinen Santino an. Nun, Threepwood hat mir erst vor kurzem einen außergewöhnlichen Gefallen erwiesen. Wie lautet also deine Entscheidung? Natürlich lautet meine Entscheidung. Nein, niemals. Was? Ich würde es ihm niemals erlauben, sich an der Freude, ein Bruder zu sein, zu weiden. Was? Ich habe dir einen Körper besorgt. Was meinen Verrat nur noch teuflischer macht. Ich bin der König der Folter. Ich werde deine Seele bis in alle Ewigkeit quälen. So ein fieses Stück. Das macht zwei Nein-Stimmen. Und natürlich meine Stimme. Sie lautet Nein. Ich bin schockiert. Ah, tut mir leid. Die Aufnahme kann nur durch einstimmige Wahl erfolgen. Wie wäre es mit einfacher Mehrheit und Abklatschen? Da wird wohl nichts draus.